Berni Eggleston ist nicht mehr Leiter von der Chef der Formel 1, Geschäftsführer, Geschäftsführer, wie man sagt. Er ist nicht mehr Geschäftsführer der Formel 1 und Berni Eggleston hat natürlich ein Riesenvermögen. Er ist ein richtiges Arbeitstier. Er hat sehr viel organisiert. Ohne ihn ist nichts gelaufen. Er kann nicht ohne Arbeit sein. Arbeit ist für ihn das Wichtigste für Berni Eggleston. Und jetzt ist Berni Eggleston nur noch Ehrepräsident. Ich hoffe, es wäre ihm nicht langweilig, wenn er jetzt nicht mehr arbeiten kann und keine Funktion mehr hat in der Formel 1.